Yeah, Buddy! Was geht denn, ihr Lieben? Sehr ganz herzlich willkommen hier bei Povort TV. Mein Name ist Tomek oder Povort, das ist auch irgendwie die Standardbegrüßung. Aber auf jeden Fall gibt es erstmal ein dickes Yeah, Buddy an die Gegner. Ich spiele einen eurer Wünsche, Gangplank in der Mitte. Es wurde sich eigentlich gewünscht, Gangplank Mitte oder Top. Ich finde ihn jetzt gerade in der Mitte, also ich habe eigentlich gerade Bock, ihn in der Mitte zu spielen, deshalb mache ich das und damit erfülle ich halt trotzdem den Wunsch. Und ihr könnt natürlich gerne schon mal in die Kommentare schreiben, einmal was haltet ihr von Gangplank, welchen Bild würdet ihr am ehesten empfehlen und was empfiehlt mir Riot hier so? Nach wie vor Infinity Edge, Trinity Force. Ich habe ihn auch schon ganz, ganz anders gesehen und zwar, wobei das hier nicht unbedingt. Hier, da muss man sich schon ein bisschen orientieren, also eigentlich so ein Armor Penetration. Jumus zum Beispiel, Dustblade of Drugtar, das geht bestimmt auch, weil die Q, also ich versuche einfach mal heute ein bisschen was. Normalerweise wollt ihr ja immer gerne bestimmte Champions von mir sehen, um auch zu sehen, wie ich sie üblicherweise bauen würde. Aber das, was ich in den Gameplays mache, ist nicht immer das, was ich vielleicht üblicherweise in einem Rank machen würde. So, mein Gegner ist Azir, der übrigens ziemlich geil aussieht. Ja, und jetzt spielen wir das Ganze entspannt runter. Ihr seht, ich habe mit der Corrupting Potion gestartet. Das heißt, ich habe eigentlich viel Sustain, habe genug Mana. Ich muss mich ja erstmal auch ein bisschen hochfarmen. Gangplaining wird zwar nicht mehr viel gespielt, aber er ist nach wie vor ein Late-Game-Biest. Und wer ihn beherrscht, der kann auf jeden Fall ganze Games mit ihm carryen. Und eigentlich finde ich das Coole an Gangplaining, dass ihr entspannt in der Lane nicht unbedingt auf die Kills aus sein müsst, sondern dann eben mit eurer Ulti, die global ist, in der Top-Lane, in der Bot-Lane oder vielleicht sogar im Jungle, wenn dort gefightet wird, einfach mal schön Supports oder sogar einen Kill abfrühstücken könnt. Also ein wirklich toller Champion, der auch irgendwie sich dadurch einzigartig anfühlt, dass man eben in der Lane nicht unbedingt die Gegner zwingend killen muss. Ja, da freut sich der Asir, ne? Das Coole ist aber, dass die Boxen nix kosten. Ich denke mal, das... Und das schätzen viele Gegner. Da hat dann fett den Shot kassiert. Wow. Ich aber auch. Okay, deshalb nehmen wir jetzt einmal auch die W. Damit haben wir die kleinen Früchtchen. Jo, er hat's genau richtig gemacht. Das ist ganz interessant, dass man mit Asir's... Mit Asir's Soldaten... Ja, ihr seht es. Also eigentlich countert er mich in der Hinsicht ziemlich stark. So, kriegt er noch... Die Soldaten, finde ich, sehen aber ziemlich doof aus. Habt ihr's gerade gesehen? So, geht mal ein Schuss auf ihn, weil er mich einfach so ein bisschen nervt. 13 Cs zu 16. Das ist auf jeden Fall okay. Das Coole ist, Gameplay bekommt ja auch... Wo kriegt das hier? Dank der Q auch ein bisschen zusätzliches Gold. Das heißt, sogar wenn ihr ganz, ganz ein bisschen hinten seid, könnt ihr das trotzdem goldmäßig alles entspannt ausgleichen. Ja, da hab ich ihn nicht mehr erwischt. Das hätte ich natürlich gerne. Ihr seht auch, dass ich die Corrupting Potion eher dazu benutze, um ihm die Mana zu regenerieren. Die Leben regenerieren brauche ich gar nicht unbedingt. Außerdem habe ich die W. Genau, aber auch dafür brauche ich Mana. Und deshalb geht jetzt auch der dritte Pot drauf. So, 25, 24 und First Blood für die Gegner. Ja, das hat immer so einen psychologischen Effekt. Wisst ihr, was ich meine? Ich will ja immer, dass unser Team First Blood reißt. Dann sind schon mal alle ein bisschen motivierter. Ja, nichtsdestotrotz. Stay positive. Hier ist Bescheid. So, sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. 950 Gold. Was könnte ich mir... Sheen würde ich mir eigentlich gerne leisten. Deshalb warte ich auch noch einen Moment. Ich habe auch mal einen coolen Tipp in den Kommentaren bekommen. Und das kann ich eigentlich gut nachvollziehen. Dass man vielleicht einen Gangplanger am Anfang einfach mit einem Dorans Ring startet. Finde ich gar nicht doof. Ihr habt die Mana-Regeneration. Das ist ja so ein bisschen das, was ihr hier seht. Was zum... Was zum Henker? Hatte der Ignite? Nein. Wow. Und ich hatte keine Mana. Also der Flash kam hier schon an der richtigen Stelle. Ja, aber Dorans Ring, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hole mir jetzt Sheen. Dadurch habe ich auf jeden Fall mehr Mana, Cooldown Reduction. Eigentlich alles, was so ein Gangplane gebrauchen kann. Okay, da lohnt sich der Tipi nicht hin. Das heißt, ich gehe jetzt direkt zurück in die Lane. Ich muss erstmal ins Late Game kommen. Und Sohn hat überlebt. Hey, sweet girl. Sweet, sweet, sweet. Gut. Komm, da machen wir es so. Da machen wir es so. Wenigstens für den Support. Und ich habe den Kill bekommen. Yes. Das meine ich. Das meine ich. Könnt ihr immer wieder... Und ihr könnt einfach... Und ihr könnt einfach Kills securen. Und jetzt ist Azir da. Die Frage ist... Ne, der kommt nicht mehr weg. Okay, dafür Wayne und Sona. Die sind safe. Ist okay. Es ging ja jetzt eins zu... Ich habe einen Kill bekommen. Azir hat einen Kill bekommen. Azir natürlich im Late Game auch sehr eklig. So, wie sieht es aus? Hier Poppy Level. Schön. Den Ward gekleert. Ich versuche einfach mal vorbeizukommen. Ich denke mal, Poppy wird hier ganz mutig sein. Hat hier mehr Minions und... Reneknissen Level und hat... Ja, Ward ist jetzt. Really? Genau wo ich komme. Schade. Komm schon. Ich will den kleinen haben. Okay, dann will ich den haben. Ich will den Kuss in ihrem Blut. Yo! Yo, yo, yo. Azir ist ekelig. Wenn du zu lange in seinen Soldaten stehst. Das ist echt brutal. Okay, in 50 Sekunden... In 40 Sekunden habe ich meine Ulti wieder. Okay. Ihr seht, wir spielen das erstmal ganz, ganz entspannt. Möglichst entspannt runter. Es ist auch sehr ausgeglichen. Vielleicht kann ich eben mit meiner Ultim ein bisschen was oben und unten wegreißen. Ich hoffe, dass unser KZX dominiert. Komm, dann so. Komm schon. Nein. Komm schon. Komm schon, GP. Komm schon, GP. Yo. Und ich habe damit den Red Buff. Wenn ich Azir sehe, FPS Drops, hackt der Junge etwa irgendwas aus. Dead SKT Skin. Es ist auch nicht schlecht. Schön und Renekton. Renekton dominiert er hier tatsächlich 62. Ja, tatsächlich. Geil. Und ist jetzt auch schon das Level vorne. Ah, der Red Buff ist natürlich so zucker. Der Red Buff ist so zucker. Fühlt sich natürlich geil an auf Gangplaining, weil gerade seine Q auch eben den Red Buff schön mitnimmt. Und ich bin jetzt am überlegen. Das müsste ich eigentlich jetzt ausnutzen. Ich würde es vielleicht gerne mal gegen Poppy ausnutzen, wenn ich oben rum langkomme. Renekton ist auf dem Weg. KZX, komm. Ja, 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 ja. Das ist gut. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt super gut. Einfach rein, Junge. Und erwischt. Wow, Frucht. Ich hab die Frucht gedrückt. Die W. Die W ist... Scheiße. Ey, das kann doch nicht sein. Die hätte mich so krass geheilt. 15% der fehlenden Leben. Ich weiß nicht, wieso ich sie nicht draufbekommen habe. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal Richtung Trinity Force. Das ist eigentlich ein Item, das mir sehr gut gefällt. Cooldown Reduction Boots auf jeden Fall auch noch mit dazu. Den Attack Speed. Früher war es Critical Strike Chance. Das ist auch der Grund, warum es mit Sicherheit nicht mehr so gebaut wird. Oh, und Azir. Voll am abrasieren in der... In der... Oh, das wäre schon wieder so close. Das wäre schon wieder so close. Brauche ich aber noch ein paar Sekunden. Und in dem Moment werden sie auch schon wieder weg sein. Pantheon wird sich wieder zurückgeportet haben. Alles klar. Wir müssen uns ein bisschen sammeln. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Ich muss eventuell auch es essen. Ich schreibe mal sorry. Gut, jetzt habe ich meine Ulti. Jetzt könnte ich eigentlich ein bisschen was machen. Das reicht alles nicht. Yes, aber das hat schon gereicht. Junge, dieser Azir. Dieser Azir. Ist schon mega eklig. 4, 2, 3, 1. Es ist also eigentlich immer noch alles sehr, sehr... Yes. Und... Yes. Yes! Und der Kill geht zufällig wieder an mich. Good Job. Das ist ja auch so geil. Ihr müsst die Ulti auch einfach einsetzen. Ich setze sie gar nicht ein, um mir die Kills zu holen, sondern tatsächlich, um die Gegner einfach zu slowen. Und natürlich ist es schön, wenn man einen Kill bekommt, aber es ist auch okay, wenn der Rest des Teams einen Kill bekommt. Also so sehe ich das dann nicht. Ja, geil. Oh, wieder geil. Schöne Treffer. Also da merkt man einfach, die Fässer wurden häufiger mal genervt. Aber Gangplank ist geil. Ist ein Biest. Müsst ihr einfach ein bisschen spielen. Wobei, so viel practicen muss man ihn nicht. Vielleicht natürlich um diese Ultra Power. Das ist so ein bisschen wie bei Master Yi. Den zu können ist eine Sache. Ihn richtig zu mastern ist nochmal eine andere. Dieser Champion ist schon sehr, sehr cool. Und da hat er gerade den Outletack abgefeuert. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir, Motherfucker. Okay, ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Focus. Wieder neu konzentrieren. Jetzt könnt ihr rankommen. Und bumm. So. Ich brauche noch ein paar Silver Serpents. Da wird es ja auch nochmal interessant, wenn wir unsere Cannon Barrage, wenn wir die auf jeden Fall verbessern können. Und deshalb ist auch die Cooldown Reduction, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig. Weil ihr einfach mit Gang Playing auch gerade in der Early-Phase einfach mit der Ulti viel machen wollt. Und natürlich braucht ihr auch eure Cue häufiger. Keine Frage. Aber es fühlt sich sehr sicher an. Ihr habt genug Range. Ihr habt eben auch die Range durch die E plus Poke. Und ihr wisst, ich liebe Poke. Und jetzt habe ich auch meine Trinity Force. Die Frage ist, ja, ich werde Infinity Edge und dann you must go. Also dann habe ich hier... Das ist alles schwierig, weil ich irgendwie so ein... Vielleicht ein bisschen... Oder you must ein bisschen mehr Armor Penetration. Vielleicht gehen wir einfach mal in die Richtung. Also schreibt mal wirklich in die Kommentare, was der beste Bild eurer Meinung nach ist. Okay, das... Ohohohoho! Gejuppert! Was war denn da los? Junge, die Wayne hat aber schön... 101 gegnerischer... Ach, die Gegner haben gar kein ADC. Achso, doch, klar. Thresh als ADC. Interessant. Okay, Azir ist nicht da. Ich hätte TP, wenn es irgendwo gebraucht wird. Warum stelle ich jetzt hier ein Fass? Weil wenn ich ein Fass explodieren lasse, werde ich auch schneller... Okay, auf der einen Seite natürlich auch die Minions wegnehmen. Das ist klar. Aber es geht auch darum, dass man einfach schneller wird und so dem Gegner entkommen kann. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Azir kommt. Das überlebt habe ich doch nicht. Botlane hat den Tower geholt. Das sieht gut aus. 101, 104. Also in der Mitte, muss ich sagen, ist es sehr ausgeglichen. Gut, er ist zweimal öfter gestorben. Das wird ihm nicht unbedingt gefallen, aber auch vom Level her, vom CS her, ist nicht schlecht. Nicht schlecht, mein lieber Specht hier. Hallo, Pantheon. Ho, ho, ho. Will KZX oder will er nicht? Ja, ich fände es auch immer wieder krass. Wie viel Schaden diese Ulti macht. Aber das liegt daran, dass ich... Das müsst ihr einfach machen. Ihr müsst Thunderlords mit dabei haben. Ihr seht das hier. Fast 130 zusätzliche Schaden zu den ganzen... Ja, das ist schon geil. Fire Will, Deaths Daughter. Dann hätten wir im Zentrum nochmal ein bisschen mehr Schaden. Okay, weiter. Ich baue jetzt einfach auf Armor Penetration. Ich habe sowieso keine Critical Strike Chance. Habe ich durch Trinity Force nicht. Der Sheen Proc ist ganz cool. Infinite... Ich denke nämlich, so wurde er in der letzten Zeit eher gebaut. You must Ghostblade, Last Whisper. Hier haben wir auch keine Armor Penetration. Also diese beiden Items erstmal. Und dann können wir entspannt weiter gucken. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Hm. Wenn er Seer gleich kommt, könnte das Böse für uns ausgehen. Ja. Oh. Oh. Yes. Und der dritte Schuss von Wayne. Ja, good job. Und Wayne hat ihn. Schön. Er kann auch ein einzelner Asien nichts mehr machen. Oh, shit. Da war er etwas schneller. Alter, Wayne macht aber auch einen geilen Job. Ich versuche noch vorhin dabei, dran zu sein. Komm. Boom. Da kannst du die Ulti nämlich auch so benutzen. Schön zum Duell. Ah, fuck. Dann vielleicht... Ah, Kragas. Ich dachte, er würde hier lang kommen. Dann hätte ich ihn sofort angegriffen und vielleicht sogar... Ah, getötet, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich ihm gut zusetzen können. Oh ja. Und ein Item. Hier haben wir noch Armor Penetration. Hier haben wir Armor Penetration. Also vielleicht statt Trinity Force hätte ich auch gleich ein bisschen anders bauen können. Aber wir machen es jetzt so. Den nehme ich raus. 1000. Können wir so lange warten? Können wir so lange warten? Ich denke, wir können es. Hier kann ich auch nochmal switchen. Schauen wir uns nochmal an, was jetzt hier so los ist. Finden wir jetzt... Auf jeden Fall unser Kha'Zix-Stärker. Wayne gegen Thresh. Thresh hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ist auf jeden Fall ein Champion. Den kann man auch mal trollig als Adela rausholen. Dann Poppy Rennington. Oh, guck mal. Rennington hat keinen Kill, obwohl er eigentlich eine gute Performance abgeliefert hat. Und jetzt haben wir hier einen schönen Teamfight. Den ziehen wir uns noch rein. Wir brauchen so... Ja, Kha'Zix. Kha'Zix jumpt einfach weiter. Dieser kranke Held... Oh. Ja, die Gegner werden jetzt... Boah, richtig hart rasiert. Bei Azir sah das fast so aus, als ob man einen kleinen DC hätte. Und diese... Oh. Und geacet. Good Job, Leute. Habt ihr geil gemacht. Mein Penta. 2113. Gerade saß echt noch so knapp für die... Haben die Gegner... Ja, sie haben den Drake auf jeden Fall bekommen, aber es war noch so knapp für die. Und jetzt einfach 5 Kills. Wayne Kha'Zix, das sind zwei ganz, ganz böse Champions. Hier er mit den Resets, sie mit dem True Damage-Prozentuellen Schaden. Na gut, da brauche ich jetzt auch gar nicht hingehen. Dann hole ich mir mal den Red Buff. Ulti ist ready. Okay. Wuppala, 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 wuppala. Das sind jetzt ein paar zu viel. Okay. Komm. Junge. Leck mich doch. Leck mich doch. Zack. Easy peasy, baby. Okay, dafür habe ich geflasht, aber dafür hat es sich auch auf jeden Fall gelohnt. Zack. Fettes Herz. Sohn hat auch alles richtig gemacht und die Gegner surrendern. Eiskalt mal wieder zerstört. Leider konnte ich nicht den Full-Armor-Penetration-Build jetzt hier zumindest den, den ich mir gerade so überlegt habe, rausholen. Aber ich denke, das wäre nicht schlecht für das Bild auf Draktar. Wir können uns ja nochmal den Schaden angucken. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ein cooler Bild. für euch, für Gang-Playing, der gut funktioniert. Das hilft mit Sicherheit nicht nur mir, sondern auch der Community. Ja, hier habe ich mir fast gedacht, ne? Kha'Zix und Wayne, die haben richtig... Aber auch Azir, schöner Schaden. Da war ich sogar noch ein bisschen hinten. Aber das Late-Game von Gang-Playing, das braucht halt einen Moment. Klar, sonst würde es nicht Late-Game heißen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ihr seid die Besten. Stay positive. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.